Hallo, mein Name ist Christine Boog. Ich lebe schon seit einigen Jahren im Flaming und vor allem esse ich unheimlich gerne. Und ich esse auch gerne gesund und gut. Jetzt mache ich mich auf eine kleine Tour mit euch, um zu schauen, was es alles an schönen regionalen Produkten im Flaming zu kaufen gibt. Hallo, ich kaufe ja immer schon gerne bei Ihnen ein, aber ich würde mich interessieren, mal ein bisschen mehr von Ihnen und Ihrem Fleisch zu erfahren. Was ist denn das für ein Betrieb? Also es ist die Fleischreihe Zimmermann und wir haben wie Schlachten und Produzieren selber und es kommt alles aus der Nähe, aus der Regierung. Granipol, Wulin und Rädecke beziehen wir die Rinder und wir haben insgesamt jetzt schon 11 Fialen und das ist schon die fünfte Generation. Der Hackepeter ist total toll, der ist eigentlich von den Kunden total das beliebteste. Dann gehen wir rüber zum Grillfleisch, das machen wir alles selber, dann Kotelett, Kamm, dann fangen wir an vom Rind, die schöne Rinderoberschale, Rostbief, Rinderfilet. Da packe ich ja schon mal meinen Korb ein bisschen voller. So, jetzt habe ich ganz schön viel regionales Fleisch gekauft und jetzt fahren wir zur Agrargenossenschaft Rädecke, um zu schauen, wo das Fleisch herkommt. Hallo Herr Schulze, guten Tag. Guten Tag. Es ist ja schön, dass Sie mir hier ein bisschen was erzählen über die Tiere aus der Region. Also wir sind eine Agrargenossenschaft, Hoa Fleming, E.G. Rädecke, Niemek und haben neben der Mutterkuhhaltung auch Milchvieh und Sauenhaltung, aber natürlich auch ganz typischerweise Ackerbau, wo wir unsere eigenen Produkte selber anbauen. Wir bauen beispielsweise ganz besonders unseren eigenen Raps an, wo wir auch eigenes Rapsöl produzieren. Und wo vertreiben Sie die überall? Steinterme, die verfeinern ihre Salate mit dem Öl. Oder wir verkaufen es bei der Fleischerei Zimmermann, wo wir auch unser Fleisch anbieten. Oder wir verkaufen es beim Edeka in Belzig oder beim Nahkauf in Niemek, aber auch im Bahnhof beispielsweise in Belzig. Das ist ja toll. Dann werde ich mir jetzt gleich im Bioladen in Lübnitz einen schönen Salat dazu kaufen. Das Landgut Lübnitz hat ein ganz besonderes Vermarktungskonzept, die sogenannte solidarische Landwirtschaft. Dabei finanziert eine feste Gruppe von Verbrauchern die Gemüseproduktion über das ganze Jahr über mit einem festen monatlichen Beitrag. Und man kann sich Gemüse nach der Saison hier abholen. Die Überschüsse werden dann im Bio-Hofladen verkauft. Ich habe noch ein regionales Produkt gefunden. Kürbiskerne aus Belitz. Wow, Whisky aus Bad Belzig. Tja, in Lübnix ist nicht der einzigste Bioladen hier in der Region. Es gibt noch rein in Schmerwitz und den besuchen wir jetzt. Das Gut Schmerwitz ist einer der größten Biolandhöfe in ganz Deutschland und beliefert auch überregional. Da ist mein Korb ja ganz schön voll geworden. Was mir jetzt noch fehlt, ist was Süßes. Und zwar echter Bio-Honig aus dem Fleming. Honig ist ja ein klassisches regionales Produkt. Und hier im Fleming sind einige Imkereien. Und wir besuchen jetzt die Imkerei von Annette Sekhine, die mehrere Standorte hat, an ihrem Standort in Preußnitz. Annette, möchtest du mir vielleicht einfach mal zeigen, wie deine Arbeit hier so aussieht? Ja, Christine, kann ich dir gerne zeigen. Ich habe in diesem kleinen Kasten kürzlich eine junge Königin gezeichnet. Da können wir mal schauen, wie es denen jetzt gerade geht. Was mich schon immer interessiert hat, wie kannst du denn wissen, was für ein Honig das ist? Also woher weißt du, ob das jetzt Lindenblüten ist oder Robinienhonig? Wie weißt du, wo die Bienen langfliegen? Wenn sie in die Robinie fliegen, anfangen, dann muss ich den Honig von vor der Robinie runterholen, muss leere Kisten aufsetzen. Und wenn sie mit der Robinie fertig sind, muss ich den Honig ernten. Und dann habe ich die Robinie in der Kiste. Dann möchte ich den jetzt auch mal gleich kaufen. So empfehlen würde ich die beste Qualität, die ich in 15 Jahren Imkern geerntet habe. Ein Wahnsinns-Honig. So, jetzt habe ich aber wirklich genug eingekauft. Jetzt geht es nach Hause was zu essen. Die Auswahl an regionalen Produkten im Flaming ist riesig. Fleisch, Fisch, Eier, Öl, Gemüse und Obst, Kartoffeln, Getreide, Nudeln, Brot, Milchprodukte, Fruchtsäfte und sogar belziger Bier. Zum Wohl! 2 2 Los 1 Vielen Dank.